Am 26. September geht es um unsere Heimat. Die Bundestagswahl ist eine Richtungswahl. Sie entscheiden mit ihren Stimmen, welchen Kurs Deutschland in Zukunft einschlägt und wer unsere Region im Bundestag vertritt. Als Ihr Abgeordneter will ich Sie weiter kraftvoll in Berlin vertreten. Von A wie Asperg bis W wie Weissach höre ich zu, ich bin bei den Menschen, ich packe die Probleme an und kümmere mich um Lösungen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir mit Schwung aus der Corona-Krise durchstarten. Wir müssen schneller, flexibler und digitaler werden. Wir müssen auf Forschung und Innovation setzen statt auf Verbote. Es gilt ambitionierten Klimaschutz zu verbinden mit wirtschaftlicher Stärke, Arbeitsplätzen mit Zukunft und sozialer Sicherheit. Es gilt Kinder und Familien optimal zu unterstützen und beste Aufstiegschancen zu bieten. Und es gilt für Sicherheit und Freiheit in unserem Land zu sorgen. Dafür ist die CDU die verlässliche Kraft. Und dafür kämpfe ich als Ihr Abgeordneter.